ja immer das ist dieser komische dc von von telekom alle fernstunde stunden keine ahnung also ich bin wieder wir sind auch mal wieder online sprichst du auch wieder okay ich war nur mit flüchten beschäftigt hier gerade im kampf hier nein die kasse fristen argentavis komm her nein nein der agentar ist tot und ich jetzt auch man dieser verfickte dc hier das gibt's doch gar nicht also was soll das heutzutage wir haben was haben wir denn hier 2015 einfach so dc haben oder was für uns von die stunden direkt hier oh mein gott ja ich habe ich musste den provider ja wechseln weil der andere provider mir keine upload mehr gegeben hat nach 15 monate streaming hat er gesagt genug upload und jetzt habe ich neun und jetzt ist vorbei jetzt habe ich jedes mal um halb fünf dc toll super mein super timing direkt da beim also wahnsinn das ist jetzt echt blöd so viel zum agentar ist seriously alles verloren genau wie damals ist die katze tot also ich muss es kiten halt das ding ist level 216 komm zu mir zurück ich habe den ich habe den scheiß strike wie sollt ihr eigentlich nichts gemacht hier ich habe auch nur die hatchet bei mir passt bei mir auch meine sachen muss ich ja wieder einsammeln ach da unten ganz rum ich mache mal schnell eine pieke so ein blödsinn ey ja gut jetzt rennt die der karte dem ding hinterher ok was ist denn reparieren da ich mein wenn ich normal sterbe habe ich nichts dagegen dagegen so ein scheiß jetzt jeder darf ich das halt ja das ist halt der hof ja ja jetzt da traue ich auch noch hier lebe mich mit allen an ist es tot? ja ja ich lebe mich mit mehreren tieren und leist euch an weil ich habe auch eh scheiße gemacht hast schon kann man den noch einsammeln den agentar was wegen fleisch und wegen allem die tasche liegt noch da ich hab die katze mal weg gelockt von der tasche mhm und ich ja ist noch da und ich selbst meine sachen und so das weiß ich nicht ob du das ich weiß nicht ob das deine tasche ist ne von der agentar was ist es ok dann muss ich mal schauen aber das aber ich hole dann die sachen ja ich hab's grad rausgenommen damit nichts passiert ach so bin ich da was hier dahinten oder ich schmeiß dich ist grad in strike ich musste mich hoch zu den anderen tieren mhm warte soll ich deine sachen reparieren hier wo so und so mhm weiß nicht keine Zeit ich muss schauen wegen den dingen ist noch narkotiks und sowas narkotiks und sowas narkotiks bräuchtig narkotiks 14 fleisch 494 ja ok jo passt ich geh mal kurz hoch so aber dieses timing ey dieses timing ist so geil ich ne angetreffen hier halten die eier im tier eigentlich länger? ja die halten eh 77 tage im tier mhm der pentatron ist fertig glaube ich oder kann es sein dafür haben wir jetzt ein pentatron haben wir keinen eigenen Tavis aber ein Tavis war schon krass also naja ich mein ich hab ja nicht gefällt sondern das ding hat gefällt das ärgert mich halt dann aber was solls ich sag da noch einmal fickt euch alle und danke für die scheiße da mit dem blöden äh die cedar ey ohne witz 2015 und immer mal halb fünf so ne scheiße da verstehe ich nicht verstehe ich nicht ey alle sollen sterben die das da hier davon haben die die c die exkursen in red seriously ey so ich mein agentar ist hin oder her nur die zeit halt wenn man investiert hat ist halt doof jetzt hier mich hätte mich so gefreut kann man den pentatron sattel basteln eigentlich schon pt ja und zwar achso kann man den basteln und zwar ach du scheiße chitin 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 75 äh woher ach gott wir haben 25 chitin und 15 chitin es wird knapp aber ist nicht schlimm können wir farmen werde ich jetzt mich dann ist gleich ein wolf hier fertig den wolf kann man ja so reiten mhm ja mit dem kann man da gut farmen gehen ich kann grad nochmal 16 narkotiks machen ich muss nur diesen pentatron hier in sicherheit bringen mhm das ist gut aber warum hat das trike eigentlich mich nicht verteidigt also ich hab doch mit dem trike also ich hab mit dem trike die katze angegriffen hatte die c und dann ist mein schal runter geflogen und warum hat das trike denn nicht gekillt die katze ich hab keine ahnung dachte sich wahrscheinlich der ist eh tot brauchst du nimmer helfen ja ich sag einmal wenn ich keine c gehabt hätte dann wäre alles ok gewesen süßen 23 penatron ist das toll ja ist ja wurscht hauptsache einer der fliegen kann oh gut gelandet der sieht eigentlich ganz hübsch aus ja mit den blauen flügeln so so leicht blau er steckt nur ein bisschen blöd in das mittel drin was ist das eigentlich mit dem hier was ist der für level 32 muss schon wieder was laufen gehen hier am besten mal direkt wodka nach der herztion der fliegt ja eh weg aber scheißegal hauptsache weg so meine sachen reparieren ist schwierig ich wollte für den sattel sparen oder? ne den wolf lieber hm achso ich brauche nur Fiber brauche ich nur dann kann ich reparieren farm ich mir mal schnell direkt aber das sind halb 5 bis ja ein strauch habe ich schon ui das mit dem mit dem ding ist echt böse hier mit dem htc hm hm hide 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 haben wir noch haben wir noch genug oder das? ha 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 was denkst du? ach es gibt ja sowas ich habe sowas nie benutzt hier mhm Schild und Schwert gibt es ich dachte sowas benutzen nur Pussys wenn sie wenn sie ARC spielen hier äh die Kleidung die restlichen sind eben noch im Traktor ich habe nämlich nur die kaputten genommen müssten ansonsten kannst du in der einen Kiste schauen da ist auch noch was drin ich habe nämlich nichts mehr nur die zwei kaputten Sachen habe ich irgendwie gesehen hm der Helm war auf jeden Fall noch drin der war noch äh ganz hm mal gucken hm ne ist nur Stoff dann guck mal hier irgendwo in der vorletzten Kiste da ist nur Stoff oder? da ist ne Menge Zeich noch drin ähm mach ich mach mal dann neues Heiting anscheinend sind sie weg anscheinend was ist denn? achso ich pack den nur mal weg da weil ich komm nur nicht ran so so Kopf Brust und Hände sind weg ich dachte die waren alle in meiner Tasche also ich hab dir alles gegeben was ich hatte also was ich von dir aufgesammelt hab wenn da nix in der Box ist und nichts im Zweifel ist ich hab sie eh wieder hm hm jo denk ich mir auch brauchst du kein Schild hier entweder du spielst gescheit oder gar nicht bestimmt wurde der Wolf gefressen ne der ist noch da ok das ist auch so blöd hier mit diesem DC auch wegen dem Schnitt nachher ne mehr Arbeit du mehr Arbeit Schatzi muss man aber so überlegen hm so Schnitt? was für ein Schnitt? Haarschnitt oder was? Video Schnitt ach Gott Haarschnitt das ist das ist auch so ein Haarschnitt das ist auch so ein Haarschnitt ja ich muss immer tanken aber bei bei ARK jetzt hier weniger 98% Effektivität 98% Effektivität öh ok das ist gut noch trotzdem mal ein bisschen fitter nicht dass dann irgendein Penner kommt und dann den kaputt machen will ich konnte ja gerade mal Flack lernen ja gelernt habe ich alle aber was man dann dazu braucht ist das böse jetzt hm ja klar wir brauchen erstmal Fabrikat und das ist das doofe das ist das schlimmste ja wieso bin ich jetzt überlastet? ist die Tatch Foundation schwerer als Tatsache ok hm wenn das richtige Spiel gespielt wird dann wird auch der legendäre Pull Timer wieder aktiviert prepare to fight würde ich sagen musst du die Tage mal nach ohne WoW anlegen was? ach Gott diese Begeisterung ja gut wenn du mit mir spielen willst kann ich's dann machen wenn ihr spielen willst das ist ja kein Problem oh wieso da unten hin? was ist das? hä? aber ich glaub doch nicht dass ich wenn ich irgendwelche Quests mache und jetzt mache dass ich den Pull Timer brauche wozu denn? ich mach jetzt mal ein bisschen Fleisch zu Dinger nope ist äh jetzt nicht an heute so ich weiß ja nicht ich komm da durcheinander wenn du ein Hexer Krieger nennst und ein Shami äh ja du du nennst dann weil es ja gar nicht wie ich dich einplanen soll bin doch so schon verwirrt hier ja das kann ich bestätigen ja das kann ich bestätigen hm das ist doch immer so kennst du doch ja mamao so ich mach mal hier ein bisschen Fleisch noch kaputtes Fleisch Bibi Andreas ich dachte der kommt gar nicht mehr ok wie B hoch hoch immer so liebevoll der Gang ist immer so liebevoll ich war liebevoll zum Agentar weshalb ich ihn gestreichel bis so eine Pisskatze gekommen ist und ich die C hatte bis eine was bis eine Pisskatze gekommen ist ja an deiner Aussprache muss man noch arbeiten das geht noch nicht weiter sogar wenn ich aufmonte soll ich einen Pulltimer machen ach du scheiße prepare to mount oder wie ich weiß ja nicht was ist denn das hier für ein Mist jetzt habe ich mir die ganzen Touchdinger umsonst hingeklatscht musst du wieder an was bauen da ich wollte anfangen ja mit dem Grundgerüst allerdings äh hat es mich getrollt ich tue grad Fleisch aufteilen damit es schnell kaputt geht damit ich noch Narcotics basteln kann also ist das Ziel denn heute noch ein Agentar weshalb zu kriegen oder was aber dann schon mit Pry mit allem oder sogar mit Kibbeln also ich mein guck mal hier nja ich kann mich denn nicht in die wand baugen also sie ist eine Frau aber bist du ne Frau gell? letztes Mal, letzten Mal war es denn noch eine? als ich heute morgen nachgeschaut hatte war es noch ja aber wie Anderisch schon sagt Freundin und nicht Frau was ist denn jetzt? Kommt so eine? Hallo?! Nöööö .. Ich denk hier ist ne Ziege, dem Hirsch dem �piel und mäkkht mich an hier. Ich weiß nicht, ob man es die bessere nennen kann. Ich weiß nicht ob die besser ist. Ich glaub, das ist die, die schlimmere Hälfte.